Yo, mein Lieben, zu-schau-frau und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Crawling in my skin, crawling in my skin. Leute, ich weiß, ich hab ja eigentlich angekündigt, heute sollte ein Ender Games Video kommen. Aber ich hab irgendwie ein freshes Kid in Skywars gezogen, deswegen dachte ich mir, wir machen einfach mal eine Vorstellung. Denn wir spielen heute mit dem legendären Magier Kid. Das Magier Kid beinhaltet eine goldene Karotte, eine Stark Potion, eine Regeneration, Einsamkeit und Wachheit. Okay. Leute, und jeder weiß, eine Stärke Potion ist einfach richtig op. Nö. Und das vereint mit einer Regenerations Potion, Leute. Das wird heute eine sehr, sehr gute Runde. Jo, da haben sie recht. Dafür steh ich mit meinem Namen. Surprise, motherfucker. Ich wurde gekickt. Dafür steh ich mit meinem Namen. Fuck! Leute, ich weiß eigentlich nicht, was uns diese Karotte bringen soll Ob die einfach so just for fun drin ist Aber wir sehen mal, ob die uns irgendeinen Vorteil bringt 2000 Jahre später Und Leute, da vorne wartet schon unser erster Gegner auf uns Okay, Leute, wir geben uns jetzt mal die zwei Potions Und dann greifen wir an Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ruckelt richtig, richtig komisch Keine Ahnung warum Nur die Frage ist halt, wen juckt Leute, ich hab jetzt mal den Shader rausgenommen Ich hoffe, jetzt läuft es mal besser Erstmal direkt in die Mitte mit der Ener Perle Ihr kennt den Standard Nö Hallo Was machst du da? Ey Leute, wir geben denen jetzt hier richtig die Wombo-Kombo Nö Leute, ich merk grad, ich hab das Starter-Kit drin und nicht das Magier-Kit Nice Nein Und wenn Semper sich dann hochbaut und ihr hochschaut, setzt der O- Ja, alter Leute Oh Gott, was ist denn da los Ey, 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 ey Oh, Leute Wir hatten einfach nur noch zwei Herzen, hätte er das gesehen, ey Aber an der ganzen Sache stimmt irgendwas nicht Hinter dieser ganzen Stachel steckst doch du, Klaus, oder? Du Arschloch Ich bin der Klaus Dafür stehe ich mit meinem Namen Ich hab es doch gewusst Mal verschwinde von hier Mann, Leute Wie sich die Leute hier mal einschleichen, das ist der Wahnsinn Dafür stehe ich mit meinem Namen Finale gegen Psycho-Baum und der hat einen schlechten Ping Ich glaub, Leute, das könnte echt was werden Na, du Arschloch, komm her Leute, er verkriecht sich da unten im Haus Keine sehr gute Idee Jetzt Angriff Wir haben diese Runde gewonnen, Leute Wir hätten das niemals ohne die Kraft von Klaus Hipp geschafft Als Preis für meine Kraft musst du nach jeder Runde Haha schreiben Dafür stehe ich mit meinem Namen Okay So wie du willst, dann schreiben wir nach jeder Runde ab jetzt Haha So, Leute, ich würde mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein Ihr habt jetzt nicht so viel vom Magier-Kit gesehen Weil das Starter-Kit sich da eingeschlichen hatte Wieso auch immer Aber ich würde mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir das mit einer positiven Bewertung Hier findet ihr die anderen Videos Haut rein, macht's gut und Logisches HIP HIP